Alle Neuigkeiten und Spoiler rund um GZSZ im aktuellen Ticker von okmark.de Bitteres Drama um Nihat Schicksalsschlag für Nihat 7. November Bei GZSZ bahnt sich offenbar ein neues Drama an. Vor kurzem machte sich Nihat, Timur Ölka, auf den Weg nach Mallorca, wo er mit seiner Familie Zeit verbringen wollte. Freundin Lili, Iris Mareike stehen, musste aber leider wegen ihrer Arbeit im Krankenhaus in Berlin bleiben. Und hier erreicht sie schließlich eine schreckliche Nachricht von ihrem Freund. Nihats Vater hatte zum zweiten Mal einen Herzinfarkt. Auch für Lili ist diese Nachricht ein großer Schock, wie sie Freundin Toni, Olivia Marei, besorgt mitteilt. Für Nihat bedeutet das, dass er nun doch länger auf Mallorca bleiben wird, als geplant. Kein Happy End für Philipp Jessica 6. November Nach der Liebespleite mit Juna, Thomas Drexel, hat Jessica, Nina Ensmann, ihr Leben umgekrempelt und ist in ihrer Ausbildung zur Krankenpflegerin extrem glücklich. Seit kurzem möchte die Blondine die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus verbessern und bekommt bei ihrem Vorhaben Unterstützung von Oberarzt Dr. Philipp Höfer, Jörn Schlöhn-Vogt, und das hat ungeahnte Folgen. Nach einem pikanten Traum fühlt sich Jessica nämlich mehr und mehr zu Philipp hingezogen und verliebt sich trotz aller Versuche, ihm aus dem Weg zu gehen, in ihn. Doch für die GZSZ-Fans steht fest, dass es kein Happy End für die beiden geben wird. Denn, bekanntermaßen ist Jessica-Darstellerin Nina Ensmann zum ersten Mal schwanger und wird entsprechend nur noch wenige Wochen in der RTL Daily zu sehen sein. Wären ein schönes Paar, aber ist dann ja wieder zum Scheitern verurteilt, weil Jessica, also Nina, im wahren Leben ja schwanger ist. Heißt, sie ist dann wieder raus, was sehr, sehr schade wäre, lautet ein Kommentar im Netz. Ein anderer Fan schreibt, beide Bachmann-Brüder haben eine schwangere Frau, Freundin. Wenn die beiden bald in die Babypause verschwinden, sind John und Philipp ja wieder allein. Denn, auch Laura-Darstellerin Chrysanthi Kawasi gab vor kurzem bekannt, dass sie zum zweiten Mal Mama wird. Toni ist abhängig von Schmerzmitteln. 3. November Erst seit wenigen Tagen ist Toni, Olivia Marei, zurück in Berlin und findet sich langsam, aber sicher wieder in den Alltag ein. Was ihre Freunde nicht ahnen, die Polizistin hat ein dunkles Geheimnis aus ihrer Zeit in New York mitgebracht. Nachdem sie bei einem Einsatz angeschossen worden war, bekam sie von den Ärzten ein starkes Schmerzmittel, nämlich Oxycodon, verschrieben und ist nun abhängig von den Tabletten. Zunehmend bemerkt auch Toni selbst, dass sie ohne das Schmerzmittel nicht mehr kann, denn kleinste Stresssituationen lassen sie bereits völlig die Fassung verlieren. Wird sie sich jetzt endlich eingestehen, dass sie süchtig ist? Kommen sich Paul und Alicia näher? 2. November Emily, Anne Menden und Paul, Niklas Osterloh, galten lange als das Traumpaar bei GZSZ. Doch nachdem der Handwerker seine Frau betrogen und sogar ein Baby mit der anderen Frau bekommen hatte und sich auch Emily neu in Sascha, Daniel Noah, verliebte, schien die Liebe der beiden endgültig vorbei. Doch kurz nach Emilies Trennung von Sascha kam es dann nochmal zu einem nahen Moment, die beiden küßten sich sogar. Dennoch stellten sie fest, dass sie nur noch Freundschaft füreinander empfinden. Und nun sind sich viele GZSZ-Fans sicher, in wen sich Paul nun verlieben wird, Neuzugang Alicia, Josephine Bressel. Während ihrer ersten Zeit in Berlin trafen die beiden schon mehrfach aufeinander, scheinen aber nach einigen Zwischenfällen aktuell keine sonderlich gute Meinung voneinander zu haben. Dennoch glauben einige Zuschauer, dass sich hier bald eine neue Liebe anbahnen wird. Ich glaube, bei Paul und Alicia geht auch noch was, schreibt ein Fan im Netz. Ein anderer meint, Paul wird mit Alicia etwas anfangen und genau dann merkt Emily. Dass sie Paul möchte, ob die Zuschauer recht behalten werden? Carlos legt auf Baustelle Feuer. 1. November Jetzt geht Carlos, Patrick Fernandes, endgültig zu weit. Seit Wochen verfolgt er einen heftigen Plan. Er will Katrin, Ulrike Frank, ihre Firma WL wegnehmen und holte dafür nicht nur Rosa Lehmann, Joana Schümer, mit ins Boot, sondern machte sich auch an Tobias, Jan Wittmann, Nichte Alicia, Josephine Bressel, heran. Allerdings ohne Erfolg. Um seine Intrige weiter voranzutreiben, geht Carlos nun einen drastischen Schritt. Er legt mit einem Komplizen Nachtsfeuer auf einer der WL-Baustellen. Nur kurze Zeit später wird Tobias von dem Brand informiert und reagiert geschockt, wird Carlos auffliegen? Jessica empfindet mehr für Philipp. Vakteristisch Vakteristisch